So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Last of Us Part 2 Remastered im New Game Plus Plus Permadeath. Wir sind auf der Insel und jetzt gibt es richtig Action darauf. Let's go! Wer will? Zu unserem Haus, weil dort unsere Marmester. Wie weit ist es? Über die Insel. Scheiße. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturmaltdeckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen, zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Ich muss da einfach. Ich muss da einfach. Verdammt, Isaac. Wir kürzen sich auf Halslager ab. Oh, genau. Wie viele Leute leben hier? Über 1.000. Wie viele Leute haben wir? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Oh, ja, oh, ja. Also im letzten Durchgang habe ich die Insel ja hier souverän hinbekommen. Ich hoffe, das funktioniert wieder so gut. Ich bin ein Mensch. Wie wir uns der Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Oh. Oh, oh, oh. Gebäude rechts mit dem Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Fließ das Tor! Riegel das Lager ab! Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Zeit. Denk daran. Nur durch die Angst sind die dir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Sei unter deinem Lager. Bist du bereit, wenn die Zeit kommt? Du bist der Lager. Du bist der Lager. Du bist der Lager. Sie ist dabei, wenn die Zeit rauskommt. Du bist der Lager. Du bist der Lager. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Hier ist es, komm schon. Was macht der Arm? Tut weh. Das ist es. Ich wollte nur mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Dann ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur noch mehr weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Hör zu, du hast dich nur verteidigt. Du hast nichts falsch gemacht. Alles wird gut, ich verspreche es. Ich bin hier weg. Ja, ich auch. Komm. Oh, boy. Oh, oh, boy. Ja. 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 Bitte. No not. Abby, wir brauchen deine Hilfe. Ja. Na komm. Sind die Wurfs noch in der Nähe? Ich weiß nicht. Geh einfach weiter. Yara. Hier lange. Hab eine! Yara! Abby? Yara! Yara, steh auf! Schüsse! Na los! Yara, bitte! Wir müssen weg! Nein! Nello! Ich seh jemanden! Ich steh sie nicht hier! Zurück! Mach sie weg! Los! Oh scheiße! Es ist Abby! Ich sagte zurück! Zurück! Isaac! Was zur Hölle machst du? Lass mich das erklären. Was ist da hinter dir? Mein Lebensretter. Geh aus dem Weg, wir klären das zu Hause. Er gehört nicht zu denen, bitte! Abby, weg da! Verdammt, er ist nur ein Kind! Du hast drei Sekunden, um von dem Ska wegzugehen. Eins. Willst du mich wirklich erschießen? Zwei. Ich kann nicht weggehen. Nein! Was zur Hölle? Erschließ dich! Ich bin nicht getroffen! Leif, wir müssen weg! Sie ist tot! Oh mein Gott, sie ist tot! Leif, komm schon! Das waren deine scheiß Leute! Hey, ich bin auf deiner Seite! Hör zu! Wir müssen uns hier herauskämpfen, okay? Und dann musst du uns zu diesen Booten führen. Wir lassen uns nicht aufhalten, ja? Okay. Okay. Mir nach. Digga, das ist so brutal, wie die jedes Mal sterben tut, Digga. Durchlöchert von 50 Kugeln, Alter. Ich hab alles, was ich brauche. Ich bin Stefan zum Uren raus, ja? Ich glaube nicht nur ein Rauch, ey. Ich bin gelungen. Das ist verstanden! Scheiße! Was ist das? Geh! Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? 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 Das ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020